Hallo und Herzen Willkommen auf den 112.5.4.9.7.7.7. Wenn er das so dabei wüsst, wir sind hier in den LS. Wir sind hier in den Nordrhein-Marsch. Version 2.7. Ja. Hier haben wir die Gerste drin. Jetzt gehen wir hier schon mal hin und dann warten wir meinen Sattelzug noch mit Packs. Die anderen zwei hatte ich gerade weggeschickt, weil da hatte ich gar nicht dran gedacht. Das waren ja irgendwie ein Laderwagen. Wobei, ja, ich weiß gar nicht, warum ich sie weggeschickt habe. Ich glaube, ich weiß gar nicht, warum ich sie schickt habe. Das ist schon so. Dann werden wir gleich wieder her schicken. Kann ich den hier stehen? So ein bisschen sauber machen. Schon mal vorbereiten für Feld 1. Sollte, sollte fertig werden. Dass der jetzt so weit fertig schon ist. Das passt. Das ist ja auch schon mal zu machen. Das ist ja interessant, weil... Jetzt gucken, dass er... Ich kann eigentlich nur gucken, dass er... Als wenn er in die Halle fährt, dann sollte er, weil sie jetzt nicht so weit ausgefahren werden weiß. Ich denke mal, für den Takten fahren können wir. Dann stellen wir den irgendwann in den Rand. Ich bin schon in der Lexion, hatte irgendwie kein Problem. Anscheinend trefflässig gerade den Sattelzug. Ja, das passt. Ja, das passt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sollte jetzt nicht passen. Okay, hier sind wir ja dabei, Papper zu nehmen. Ja, hatten wir schon so weit fertig. Wir sind gar nicht draußen. Genau, hier sind wir ja dabei, Papper zu nehmen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, dann schicken wir dich jetzt hier zum Feld rein. Das war's für heute. Das war's für heute. So, ich würde hier nochmal Geld ausgeben und ich Schafe holen. Wir gehen jetzt halt wieder ein bisschen weiter runter vom Geld her, aber letztendlich holen wir holen uns das wieder rein durch die Schafe, dadurch, dass wir die jetzt wieder zum Schlachter bringen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt weiß ich gar nicht, welches Gerät der daran hat. Ich glaube, das ist das, ähm, äh... Das ist das, ähm, äh... Also das könnte ein Gerät sein, äh... Das ist gut für ein Plan, für die M-E-S-P-Line. Jetzt muss das Kategorien sein, ob ich hier nicht... Ich verstehe nachher. Es dauert noch. Wir werden die erste schon mal wieder abfahren. Weiter Produktion für Schweinefutter. Ich würde hier mal gucken, welche Produktion kochen wir jetzt. Da haben wir ja einmal diese Reihen. Dadurch kommt es raus. Wie sieht hier in der anderen Seite aus? Wie sieht man, die Protein fliegen? Wie sieht die Elektronik aus? Jetzt jetzt einmal zum Worker-Rei. Pass auf, wenn wir jetzt in den Worker sind. Passt. Das ist hier. Das ist hier. Die haben sie immer wieder zu. Da. Man sieht, dass wir jetzt mal wieder zu. Dazu. Da steht er ja. Tatsächlich schon zum Stroh sammeln nehmen. Das wird das Feld hier auch relativ zügig relativ fliegen. Mal schauen, was da ist. Das hier ist. Mal schauen, was da Mal schauen, was da ist. Zwei Mal gucken, wenn wir reiten erst mal. Mal schauen, was wir da machen. 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 Das ist ja auch Glas. Da passiert ganz was hier drauf. Können wir hier auch was auf dem Dünger. Oder... Ja. Denn Getreide. Wie bitte auch das war immer einfach. Oh, das ist gut. Ich habe hier noch ein Fettig. Und dadurch, dass wir jetzt hier gebeten haben, wir schauen mal weiter. Das war nur ein Thema. Tatsächlich sind wir am Boden gehen, die dann die Schweinefutterproduktion hier reinstellen. Von hier würde ich auf 15 Wach jetzt mal gehen, dass hier mal was vorankommt. Dass ich hier nicht blühen können kann, so war das hier nicht gedacht. Meine Idee war gewesen, dass wir hier noch auftaken. Ich denke mal, da würden wir dann auslagern mit Paletten her. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. A ja, kurz... Das nochmal zu schnell. Der ganz guter Steer jetzt hier kommt. Die Bahn rein. So, hier gehen wir hin. Und man fällt dabei. Drei. Drei. Drescher Fuß. So, das passt. Okay. Wir werden ihn jetzt aufsammeln. Ich schiebe ihn danach da gleich. Schaden wir mal. Was? Ich hab halt so schlappartig. Ich hab halt so schlappartig. Sie sind nä fell IV. WIRda HEGISC! Mein Kind rum. Ich habe einen Reinhardt gesehen. Ich habe einen Reinhardt gesehen. Und hier würde ich gleich mal unsere Sachen testen. Das ist geil. Und hier würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einfach unten da. Schreibt mir da in die Kommentare. Nimm einen Follower, bitte. Ach du Scheiße. Euer Pech.